erst mal schlafen ja ich habe nicht vergessen den kack auszumachen verdammt sind nämlich schön leer ja egal wir haben jetzt ein paar kanister hier mal Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Also ich gebe mir 30.000 Kredit, das heißt, ich muss mindestens, ich meine 50.000 ungefähr haben für den Frontenlader. Also muss ich selbst verdienen noch. Dann könnte ich noch einen Kredit aufnehmen, dann könnte ich mir eine Frontenlader machen. Wow, da ist gar nichts dran. Vielen Dank. 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 Also noch einiges vor der Brust. Wenn man überlegt hätte die ganze Anlage 300.000 ungefähr. Aber ich bin gerade echt im Überlegen, ob ich das hier oder ob ich mir dann echt erst den anderen Claim hole. Ich glaube ich hole erst einen anderen Claim dann. Das ist ein High Gold. Also eine hohe Dichte. Ich bin sowieso im Überlegen, ob ich den nicht sowieso direkt hole oder darauf spare. Ja. Da muss man halt die Sachen alle rüber transportieren. Das ist so. Ich habe ja einen Anhänger. Od. Wozu mal. Wo? Ich bin sowieso. Tja. So. also ein 90.000 für den claim und den sie kaufen in den mit dem hohen da gehen aber einige einmal ins land so einmal nummer zwei ww dragool ich habe einmal vergessen nein ich hänge 91.000 das bild hat sich schon wieder zu ihr bild verschoben eigentlich nicht also wenn ich bei mir auf dem stream gucke ist nichts ist alles gut ich habe nichts gemacht ich bin vollkommen unschuldig also wie gesagt um vier spätestens film noch vier mal ende dann werde ich vielleicht vielleicht morgen vormittag wieder anfangen mal gucken es kann sein dass ich morgen zum arzt muss ja ich habe wieder probleme im magen ist hinderlich in meinem job probleme im magen zu haben ja aber dann ist zum glück immer nur so ein paar tage eigentlich aber gut es ist also was soll man machen kohlen arbeitskollegen hat diese gürtelrose das wird auch jetzt erstmal ich denke mal ein paar wochen nicht mehr kommen ja war uns ist momentan high live wird krank und so betrifft das wird auch noch nicht mehr hat soll ich auf den großen claim sparen wo hohes gold vorkommen ist und dann die sachen darüber bringen und da machen oder die große anlage frontlader und so hier also manche hier weitermachen nicht den großen nicht in den hohen claim meinst du dann ist dann habe ich den schneller könnte auch sein ja okay das heißt also was wandert 78.000 auch 530 dollar habe ich noch aus rein ja das könnte sein klar die frage ist ob ich mit dem frontlader an dem wasch an der waschanlage dran kommen ob sie da hochheben kann dann wird schneller gehen ja ich Oh. Ich sag mal nicht, dass nur die blöde Schritte da für den Frontlader gemacht ist. Wobei kann ich mir eigentlich vorstellen, weil ein Frontlader kann ziemlich hoch eigentlich. Also wenn man das realistische Frontlader nimmt, der kann schon relativ hoch, hochgefahren werden und dann auskippen. Also das ist schon nicht niedrig, was der kann. Also der müsste im reellen Leben locker da drankommen an die Anlage oben drüber. Aber ganz locker.